Bye, bye, falsche Glaubenssätze. Hast du ein Ziel, das du erreichen möchtest und das dir wirklich wichtig ist, egal ob das privat oder geschäftlich ist, dann schau nach deinen Glaubenssätzen. Was meine ich damit? Grundsätzlich gilt, nimm dein Vision Board, bau das richtig auf, nimm deine Zielsetzung, die daraus abgeleitet wird, bau daraus die einzelnen Handlungsableitungen auf, schau dann deine To-Do-Liste an und dein tägliches Doing. Wenn du das gemacht hast, bist du schon komplett auf dem richtigen Weg und dann gibt es allerdings eine Sache, die dir dabei im Weg stehen könnte, obwohl du alles richtig machst von der Planung her. Und das sind die falschen Glaubenssätze. Was meine ich damit? Ein falscher Glaubenssatz. Was kann das zum Beispiel sein? In den meisten Fällen ist es, Geld ist schlecht. Geld ist schlecht, wird uns von den Eltern oft eingeredet. Ich habe das große Glück, dass meine Eltern das mir nicht gesagt haben, und deswegen war ich da schon immer befreit von dem Thema. Aber wenn das bei dir so ist, dass deine Eltern das gesagt haben, Geld ist schlecht oder lieber arm und gesund und lauter solche Sätze, dann hat sich das bei dir verankert. Ich gehe jetzt nicht näher auf das Thema Glaubenssatz ein, schau dir dazu andere Videos an, informiere dich da weiter. Glaubenssätze sind tief in dir verankert und steuern dein Unterbewusstsein. Und wenn du so einen Glaubenssatz hast, der dich wegbringt von deinem Ziel, fernhält von deinem Ziel oder dir die Zielerreichung schwieriger gestaltet, dann verabschiede dich von diesem Glaubenssatz. Dieser Glaubenssatz beispielsweise, Geld ist schlecht, der hilft dir nicht weiter, wenn du ein Geschäft aufbauen möchtest, wenn du Kapital aufbauen möchtest. Er erschwert dir die Möglichkeit, Geld zu generieren, weil du ja denkst, Geld ist schlecht. Oder er macht es dir schwer, Geld zu behalten, weil du denkst, Geld ist schlecht. Oder, und das in den meisten Fällen, beides. Er macht es dir schwer, Geld zu bekommen und er macht es dir noch schwerer, das Geld zu behalten. Deswegen, nimm diesen Glaubenssatz und ich mache das jetzt in einer ganz kurzen Version. Nimm diesen Glaubenssatz, sei dir bewusst darüber. Schreib ihn dir auf. Sprich mit dem Glaubenssatz und sage ihm, lieber Glaubenssatz, es war eine tolle Zeit mit dir, und unsere Zeit ist gekommen, dass wir uns jetzt verabschieden. Ich wünsche dir alles Gute. Und dann nimm einen neuen Glaubenssatz, definier den genau, schreib dir den auf, sprich den jeden Tag im Spiegel vor dich ein und veranker diesen Glaubenssatz als Ersatz für den alten Glaubenssatz bei dir. Und mit diesem neuen Glaubenssatz gehst du in die Richtung von deinem Ziel. Wähle den ganz bewusst, setz dich intensiv damit auseinander und du wirst dein Ziel erreichen, ohne dass dein Unterbewusstsein gegen dich arbeitet. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Erreichen von deinen Zielen und eine ganz tolle Woche.